Der DHB wird es schwer haben, ihn zu ersetzen und müsste eigentlich zwei Leute als Nachfolger einstellen. Bevor mir jemand Schmeichelei oder Arschkriecherei vorwirft und mir auch noch eine bezahlte Autorenschaft, nein, leider, unterstellt wird, Bob ist zweifellos ein eigenwilliger und kein einfacher Typ. Das wissen wir alle und das weiß er selbst. Aber das bin ich auch nicht. Wer ist das schon? Und natürlich bin ich nach wie vor nicht immer mit allem einverstanden, was er sagt und auch wie und in welchem Pullover. Ja, die Pullover und die Sakkos und die Hemden. Ich muss darauf zu sprechen kommen, weil es direkten Einfluss auf mein Leben hat. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber seitdem ich mit Bob zusammenarbeite, trage ich nur noch einfarbig. Schwarz-Weiß und wenn ich mal was ganz Verrücktes machen will, grau. Ich traue mich schon gar nicht, mir etwas Buntes anzuziehen. Aus Angst, jemand könnte sagen, ich mache das nur, um meinem Chef zu gefallen. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Und wenn ich heute Fotos von mir aus den 90er Jahren angucke, dann sitze ich beim Thema Mode sicherlich im Glashaus. Aber an manchen Spieltagen erscheint Bob in einem Aufzug in der Halle, der sogar einer Schaufensterpuppe die Schamesröte auf die Plastikwangen treiben würde. Ich darf das sagen. Mittlerweile kann Bob nämlich über sich selbst lachen. Ziemlich herzhaft sogar. Viele Leute regen sich ernsthaft über seine Outfits auf. Fakt ist auch, sie reden darüber. Wer die Pullover wirklich für ein gravierendes Problem im deutschen Handball hält, sollte auch bedenken, dass es in diesem Land Millionen von Menschen gibt, die keine Ahnung von Handball haben, geschweige denn den Namen eines Nationalspielers kennen. Aber sie kennen den Typen mit den bunten Pullis. Tja, jetzt ist mein Beitrag doch beinahe ein Roman geworden. Ich hätte es kurz und mir einfach machen können. Ein paar warme Worte, fertig, nach dem Motto, früher fand ich ihn scheiße, heute ist er ein geiler Typ. Aber das hätte erstens wie eine Pflichtübung ausgesehen, eine Gefälligkeit. Vor dem Hintergrund unserer komplizierten Vorgeschichte wäre eine knappe Würdigung auf ein Zweiseiten Papier einfach nicht glaubwürdig gewesen. Und es wäre der Person Bob Hanning auch nicht gerecht geworden. Ich kann und will niemanden zwingen, Bob Hanning toll zu finden. Aber ich würde mir wünschen, für ihn, dass sich der ein oder andere die Mühe macht, genauer hinzuschauen, wer in den schrillen Pullovern und was hinter der großen Klappe steckt. Ich habe den zweiten Blick jedenfalls nicht bereut. Je weiter wir uns angenähert haben, desto mehr ist mein Respekt für seinen Engagement, für den Handball, aber auch meine Sympathie gewachsen. Ich bin der lebende Beweis, dass Bob nicht nachtragend ist. Ich war viele Jahre lang sein vielleicht größter, eindeutig aber sein lautester Kritiker. Er hat mich überzeugt. In meinen Augen ist Bob Hanning ein ganz großer. Trotz der Pullover. Punkt. Geschrieben von Nils Weber.